So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir die Level von Devorri ordentlich angefangen, haben schon recht viel Togemusik gehabt und auch normale Level. Jetzt kommt ein Speed One dazu von ihm, der 1% Schaffungsquote hat. Schauen wir mal. Aber auch in 20 Sekunden durch sein. Oh, das ist sogar ein 20 Sekunden Timer. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Wait, ich will nicht groß sein. Okay, ich will nicht groß sein. Ah, dann müsste ich... Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Uh, okay. Ich glaube, ich muss dann sogar über die Pflanze drüber kommen. Das müsste gehen. Indem ich genau so springe. Das wollte ich nicht, aber vielleicht ist das auch nicht verkehrt. Das ist sogar sehr richtig gewesen. Aber jetzt habe ich wieder... Ah, wie mache ich das denn da? Da habe ich Zeit verloren. Und der Timer ist hundertprozentig superknapp. Aber wir haben ja schon mal Zeit gewonnen. Das ist gut. Okay, da kann ich einfach durchlaufen. Das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert auch. Jo, wie schnell muss ich sein? Was? Wie komme ich denn da oben rüber schneller? Hä? Kann ich da einen kleinen Sprung ansetzen? Wahrscheinlich. Aber da ist dann das Ziel. Also fast hatten wir es. Da fehlt nicht mehr viel. Ansonsten drücke ich ja nur nach rechts und werde nicht angehalten. Also jetzt komme ich ja hier auch mittlerweile durch. Okay. Ja, das funktioniert. Das ist schon ein netter Speed-Tour. Ah ja, ich komme tatsächlich da durch. Nice. Coole Geschichte. Coole Geschichte. Coole Geschichte. Dann. Ja. Da ist der Rekord auch nicht sehr viel weiter weg. Weil mehr als nach links drücken kann man halt nicht. Äh, was eigentlich rechts ist. Aber egal. Sound Jump Nummer 2. 7,1%. Listen to the 1,2,3 jingle that plays. Full jump on the third ding. Enjoy. Okay. Na, dann bin ich gespannt. Hä? Auf den dritten. Höh? Lul. Okay, alles klar. Ach so. Das ist ja sick. Das funktioniert auf jeden Fall. Okay. Lul. Okay. 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 Jetzt sind schon zwei. Aber es ist immer der gleiche Quatsch. Ich muss halt auf den dritten springen. Lul. Ach so. Nice. Ach so. Jetzt gehe ich wieder selber weiter. Das kam unerwartet, dass es jetzt schneller wird. Oh, Mann. Das kam unerwartet. Damit habe ich nicht gerechnet. Schade. Okay. Alles klar. Na, schon so ein Rhythmus-Dude, der DeVory, ne? No hops, just squeaks. Oh, nicht diesen blöden Viecher. Nein, ich will die nicht. Geh weg. Der baut immer so viel Mario 3D-Landzeug. Das mag ich nicht. Das sind coole Level, aber ich mag das nicht. Na gut. Quellen wir uns auch dadurch. Ich will alles von dem spielen. Ich sag dazu nix. Nein, zu bald. Too soon. Ah, der ganze Quatsch fällt runter. Ach so. Ach, dann wieder zurück. Verstanden. Wieso verstehe ich sowas nicht auf Anhieb? Das würde mir so viel Zeit ersparen. Warum verstehe ich sowas erst, nachdem ich tot bin? Das war dumm. Ich hab vergessen, dass er springen muss erst. Ich hab's doch sonst auch immer gemacht. Ich hab's doch sonst auch immer gemacht. Mann. Ja, dann ist das ja jetzt nicht das Problem. Wenn man halt nicht dumm ist. Oh, du dummes Vieh. Aber ich hab's verstanden. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Alles. Ich hab alles falsch gemacht. So wie das da. So nämlich. Wait, da darf ich jetzt aber nicht. Da muss ich jetzt aber... Das mach ich jetzt aber ganz interessant. So mach ich das. Ui, 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 ui. Oh, ich muss schneller sein. Hab verloren. Wait, wo muss ich überhaupt hin mit dem Vieh? Hä? Oh, oh, das war jetzt wahrscheinlich die... Nein. Nein. Ich bin so doof. Ja. Verstanden. Ah. Schon gecheckt. Der kommt dann hier raus. Aber auch das wieder erst gecheckt, nachdem ich tot war. Yay. Ah, warum bin ich denn so? Okay. Schön. Schön, schön. Schön, schön. Ah, das ist ein Pieces. Let's go. Oh. Ow. Ah, das ist super. Oh. 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 Das war's. Das war mir nicht sicher, ob der noch mal springt. Aber das muss gleich alles noch mal anders laufen, wenn dann der On-Off anders ist. Schätze ich zumindest. Ja, jetzt ändert sich On-Off. Oha, jetzt ist es ein Gegner. Ah, jetzt muss ich da durch. Ich habe mich vorhin schon gewundert. Auch so gibt es natürlich Sinn. Nice. Ja, ich verstehe die Gegner. Dein! Die Gegner sind genau da, wo vorher die Blöcke waren. Mist. Ich habe übrigens mit einem anderen Lied gerechnet, aber es gibt irgendwie sowas Ähnliches, was mit Lost My anfängt und so ein bekanntes Dingslied ist. Aber das, der kenne ich gar nicht. Aber es klingt schön. Der animische Torodara irgendwann, keine Ahnung. Den kenne ich auch nicht. Aber wie gesagt, das klingt schon schön. Oh, ich habe fast, ich habe fast vergessen, dass da der Guba kommt. Upsi. So, jetzt kein Quatsch machen. Wo bin ich gestorben? An dem Mann, schon, ne? Genau an dem da. Eieiei. Okay, jetzt haben wir es. Erstmal dem Leben ausweichen. Alles klar. Noise. Erstmal dem Leben ausweichen. So. Aber wäre es ein Giftpilz gewesen, wäre ich ihm ausgewichen. All around the world. Lalalala. Ach, das ist jetzt... Oh nein. Nicht dieses Lied, aber wir spielen es. Oh nein, da werde ich gleich einen Orbum haben, den ich nicht haben möchte. Und hier auch. Viel Spaß dabei. Aber es klingt halt jetzt schon richtig gut. Holy shit. Oh mein Gott, wie gut das gemacht ist, dass man vor und zurück geht und dabei das Lied sich aufbaut. Oh mein Gott. Das ist ja Genius hoch 3000. Ich nehme alles zurück. Es ist großartig. Es wäre eine... Es wäre eine Verschwendung gewesen, das nicht zu spielen. Oh mein Gott, war das gut. Das war richtig genial gebaut, aber hallo. Aber hallo war das gut gebaut. Meine Güte. Wahnsinn. Und wir kriegen wieder ein richtiges Level. 2,29% an. Das ist wieder Super Mario 3D Land. Geh weg. Geh weg mit deinen 3D Land Leveln. Mann. Hm. Das hat ja fast funktioniert. Oh Mist. Ach, ich muss die drauf fallen. Ich bin ja dumm. Ich muss warten, bis die gefallen ist. Ach so, die hat erst flügt. Ah, ich muss die fallen lassen und dann auf sie drauf. Ja, genau so. Oh boy. Oh no. Ich sag schon wieder ständig, oh boy. Ich wollte das doch nicht mehr machen. Uff. Ne, oh boy darf ich sagen, ne? Bruder darf ich nicht sagen. Das war das Wort, was nervig war. Ich glaube, Bruder habe ich jetzt aber auch nicht mehr gesagt, oder? Ich glaube, das habe ich reduziert. Und der gibt immer nur Leben. Oh, oh. Verstanden. Ich wusste erst nicht sicher, wie es geht, aber jetzt hat es verstanden. Oh mein Gott. Bleibt die da? Nein, die geht wieder rein. Da kommt es wieder raus. Nice. Checkpoint ist schon mal gut. Genau deswegen. Hör auf zu... Uff. Wollte gerade sagen, hör auf zu schießen, aber er hat noch nicht mal geschossen. Da muss ich wohl ein bisschen schneller zurück. Hä? Wie mache ich das denn? So kann ich das machen. So war es zwar nicht gedacht, aber so funktioniert es. Was immer funktioniert, ne? Was? Wie das aussieht, ne? Alles klar. Wait, what? Oh, der schiebt die jetzt Stück für Stück runter, oder was? Ja. Ja, wir machen das wieder so. In die Lücke da rein ist ganz gut. Das wäre wahrscheinlich anders gedacht, aber... Who cares? Who cares? I not. I not vor allem. Das war jetzt nicht... Das war jetzt nicht mal bewusst falsch gesagt, sondern aus Doofheit. Ja. Ja, natürlich ist da wieder nur ein Leben drin. Wieso öffne ich die Boxen eigentlich von dem? Wow, 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 wow. Wow, das war knapp. So. Wie kann ich denn das verfehlen? Wie kann ich denn das verfehlen? Oh no. Oh no. Wie kann ich das falsch machen? Was geht ab, Mann? Ach, der Raum, ne? Oder so ein dämmlicher Warteraum. So. Okay, jetzt aber. Go, 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 go! Komm halt wieder her, jetzt. Dumme Nuss. Jetzt war du ungeduldig. Jetzt hat er keine Lust mehr, weil er doof ist. Weil er doofe Sachen macht beim Spielen. So. Das ist alles gut, solange ich in dem Raum nicht sterbe. Das wäre peinlich. So, jetzt go. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie schnell sein muss. Nein. Ich muss die einfach nur runterziehen. Okay. Es ist so einfach, ne? Man stellt sich so dumm an. Aber danke für den Checkpoint. Okay. Das ist auf jeden Fall das Finale. Das war antiklimatisch. Und zwar noch gar nicht zu Ende. Ich dachte, es war zu Ende. Doch kein Finale. Oh, ne. Ich muss jetzt wieder warten. Oh, nein. Das war ein interessantes Finale. Ich muss ganz kurz was trinken. Nein, ich kann nicht noch sieben Minuten warten, bis der Part zu Ende ist. Ich muss jetzt was trinken. So, I'm sorry. Unprofessionelle Let's Plays for the win. Okay. Nicht vergessen, das Herz zu geben. Und wir machen weiter. No hops, just Goombas. Das wird nochmal so ein schönes Level. Aber diesmal im SMB3-Stil. Ah, SMM1 Level never uploaded, now we're born. Und das heißt, auch das hat er schon mal gebaut, aber nie hochgeladen. Na dann. Ich darf nicht die Sprungtaste drücken. Da sind Stacheln über mir. Das hab ich gar nicht gesehen. Ja, moin. Oh, wait, das war, oh wait, das war, das war vielleicht ein bisschen dumm. Ich muss den da oben drücken. Ups. Uh, das ist ein interessanter Sprung auch wieder. So. Okay. Okay. Und dann muss ich da ein bisschen mehr Anlauf nehmen und dann komme ich da zum Checkpoint. Okay, sehr schön. Bringen wir doch schon mal den ersten Teil des Levels hin. Ah. Das ist so knapp. Ah. Nein. Aua. Da stoße ich mir den Fuß am Mülleimer. Yes. So, jetzt kommen wir hier weiter und jetzt geht's nur noch einen Sprung nachher, den wir vor nicht geschafft haben, den wir diesmal schaffen. Sehr schön. Ab jetzt ist alles neu. Oh, verstanden. Also, zack, 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 und dann raus da. Und hier das gleiche, zack, und raus da. Zack, zack, und dann hopp, hopp, und raus da. Nein, der geht unter. Der geht unter. Der läuft einfach raus. Oh, Mist. Oh. Oof. 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 Aua. Ich hab gar, ich hab... Ich hab... Ich... Ich... Ich, ich... Ja, so eine Art Re-Grab machen, ne? Ich muss da dann von der Taste runter. Und... Ja, genau. Okay, aber es ging. Nein! Es ist hier ein bisschen angenehmer als am Emulator. Aber da gab es auch immer solche Sprünge. Gerade in diesem Kaiser-Kindergarten. Da waren lauter so Kramszeug dabei. Aber hier geht das sogar. Ja, hier geht das voll gut. Das wird so bald! Aber ich habe Angst, dass er wieder in die Nava läuft. Das darf er nicht. Will das nicht. Und nochmal ein Re-Grab. Yes! Keine Ahnung, ob es ein richtiger Re-Grab ist oder... ...so ein halber. ...so ein halber. Oh! Mist! Okay! 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 Jetzt wird es interessant. Yes! Und hier muss ich jetzt da in die Röhre? Ah! Ich dachte gerade schon, hä? Aber nochmal ranken. ... Gibt's das denn? Okay. Oh, was? Ich kann nur rauf, wenn der gerade runter geht. Oh, das wird kritisch. Ja, den hab ich jetzt raus, aber das ist ja auch eine interessante Geschichte. Ja, ich... Gehe jetzt bald, ich gehe jetzt bald, ich gehe jetzt bald, ich gehe jetzt bald. Ich muss später gehen, ich muss später gehen, ich muss später gehen. Nein, das war zu spät. Oh, schon wieder. Okay. So. Ah, ich hab genug Zeit. Ich hab mehr als genug Zeit. Okay, das ist ganz angenehm. Das war ganz angenehm sogar. Ey! Ich war mir nicht sicher, wie schnell die Pflanzen wieder brauchen, bis sie wieder hochlegen... äh, loslegen. Ja, das ist, das ist Timing-Technisch nicht das Problem. Das schon. 31. Mach mich nicht fertig, Level. Okay. 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 So. Okay, einfach direkt losgehen. Das ist am einfachsten. Da macht man nichts falsch. Einfach direkt losgehen. Gut zu wissen. Okay. Und hopps. Nein, ich bin schon wieder zu bald. Mano. Und hopps. Nein! Wieso kann ich das denn nicht vernünftig timen? Ah. Ups. Und hopps. Ah, ich muss direkt los. Ich hab's fast vergessen. Aber es hat funktioniert. Okay. Progress. Progress. Mehr Progress. Oh Gott. Äh. Nein! Aber das läuft jetzt noch ganz schön lang, ne? Nein! Okay, direkt los. Nein! Äh. 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 Okay. Das war neu. Ich hab's nicht verloren. 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 ein bisschen warten sollte ich dann vielleicht doch das war knapp aber was immer funktioniert das war auch knapp ein bisschen ganz kurz warten jetzt los ja das passt okay ganz kurz warten dann hast du die geschichte was ein level warum kann ich denn nicht einfach ich muss doch warten bis ich sehe dass er runter geht ich habe doch die zeit schilder einfach kollegen schilder sie ist denn ganz easy auf uns überhaupt nicht stressen auch da überhaupt nicht stressen einfach durch schon wieder ich habe schon wieder versaut und 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 Ein bisschen muss ich warten, ein kleines Stückchen muss ich wirklich immer bei den Pflanzen warten, sonst wird's nix. Ganz kleines Stückchen aber nur, nicht zu lange. Ganz kurz warten und dann los. Genau so. So. Okay. Ich muss warten, bis der Zweite kommt, sonst... Oh nein, da muss noch ein Zweiter kommen. Oh, da kommt der Zweite erst in dem Moment, wo ich den anderen kille. Oh, das könnte sein. Nein, aber es hat sich gerade nach unten bewegt, also es war nicht ganz so ungeduldig wie sonst. Nicht ganz so ungeduldig wie sonst, okay. Nein, ach, hör doch auf, so ungeduldig zu sein, Kollege. Mann. Reiß dich mal zusammen jetzt hier. Gibt's doch nicht. So, jetzt muss ich mir das mal angucken. Kommt da direkt ein Zweiter raus? Ah, es kommt auch direkt ein Zweiter raus, okay. Warum musste das jetzt wieder klar sein? Uff. Aber wir haben das Ende gesehen, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das hätte nie funktioniert. Warum habe ich das denn jetzt so gemacht? Das wäre niemals gut gegangen. Nie wäre das so gut gegangen, wie ich das gerade versucht habe. Mann, 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 ey. Come on! What? Okay. 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 So. Ich hab's in dem Moment, wo ich gesprungen bin, hab ich gespürt. Ach, Mann. Ich hab's in dem Moment, wo ich gesprungen bin. Ich hab's in dem Moment, wo ich gesprungen bin. Hätt ich mir einen Schlüssel gegeben? Kann ich ihn nochmal spawnen lassen, irgendwie? Na, der ist weg. Okay, egal. Dann kein Schlüssel für mich. Puh, bevor ich doch in dem sterbe. Das wär blöd gewesen, ne? Okay, alles klar. Ja, 10 Minuten, alles klar. Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Nächstes Mal mehr Devori-Level. Wahrscheinlich die letzten, ne? So viele sind's jetzt nicht mehr. So viele sind's jetzt nicht mehr.